Heute leuchtet es mal wieder. Ein neues Funhole Set. Ich zeige es euch vorab, wie es leuchtet. Und dann seht ihr das schon mal. Wunderschön. Ob es nur schön leuchtet oder auch ein gutes Set ist im Video. Da, servus, mon und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Ich habe einen leuchtenden Van dabei und zwar von Funhole, den Campervan aus der Delight Day and Night. Ich weiß nicht, ob es die Serie ist oder einfach die Subline des Unternehmens. Zeige ich euch gleich. Steht immer auf der Box mit drauf. Ist jetzt im April 23 erschienen. 9012 oder F9012 ist die Nummer. Das hat 1741 Teile plus ein sehr gut durchdachtes LED Light Kit mit dabei. Für 108 Euro gibt es das bei der Herstellerseite. Bei Amazon 128 Euro. 6,3 Cent sind das beim Hersteller inklusive Versand. Ihr kriegt mit diesem Code, da steht da 10% beim Hersteller. Und ist ein Affiliate Link. Freut mich natürlich, wenn ihr ihn nutzt. Ansonsten, wie immer, Preisvergleich lohnt sich. Mir wurde das Set liebenswerterweise von Funhole zur Verfügung gestellt. Ist erst mein zweites, da ich die meisten ausgelassen habe. Bei dem Indiana Jones war ich zu langsam. Oder habe ich einfach... Ja, habe ich nicht bekommen. Oder habe ich mich nicht darum gekümmert, wie man es auch immer sieht. Aber haben mich mal wieder angeschrieben, ob ich das zeigen will. Tue ich gerne, denn die Sets waren bisher das eine, was ich gebaut habe. Hat Spaß gemacht. Und schauen wir es uns an. Ich habe das hier an einem USB-Ding. Und das tue ich jetzt mal kurz weg. Und dann schauen wir uns erst mal die Box an. Und das Drumherum. Die ist, wie man es von Funhole kennt, hier vorne seitenmatt bedruckt. Und hier steht eben immer dieses Dingens. Und auch, ich weiß nicht, ob es die Serie ist oder einfach das Motto der Firma. Ansonsten glänzt diese Schachtel durch. Jene Menge Warnhinweise. Da könnte noch ein bisschen mehr Liebe reinfließen, finde ich. Wir sehen, okay, es gibt es beleuchtet und nicht beleuchtet. Aber das war es dann auch schon. Aber schön, finde ich, sie ist wieder verschließbar. Ihr wisst, der Sammler in mir freut sich. In dieser Schachtel haben wir dann diverse solcher Tüten. Und diese Box. Und in dieser Box sind zum einen die Tüten für die Elektroteile, die sehr schön aussehen. Zum anderen diese Pinzette, die gar nicht so leicht ist. Und der Funhole eigene Talentrenner. Genau. Und das Ganze ist hier so richtig schön mit Inlay-Karton. Macht Spaß. Also wirklich die Wertigkeit, bis auf das, dass die Schachtel noch ein bisschen mehr Freude verlangen haben könnte, finde ich die Wertigkeit mega gut. Es bleiben ein paar kleine Teile übrig. Und hier liegen noch ein paar, die so als Gedöns locker flockig in diese... Ja, ich zeige euch ein bisschen, wo es hingehört. Ansonsten bleibt da jetzt nichts groß Spannendes übrig. Und wir haben einen dicken, dicken Wälzer von Anleitung. Der ist wirklich... Also für 1700 Teile ist das schon sehr extrem. Das liegt auch daran, dass sie wirklich je Seite ein Bauschritt... Das macht es natürlich super angenehm zu bauen, ist aber jetzt so semi, finde ich. Also es ist schon ein Weltsaal. Leider habe ich keine PDF-Anleitung gefunden. Wenn jemand weiß, ob es von Funhole welche gibt, gerne unten reinschreiben. Ich habe durch kurzes Googlen nichts gefunden. Jetzt schaue ich mal schnell, habe ich einmal kurz... Ihr seht ja jetzt mal, da kommt dann so ein Elektroteil aus der Tüte 2. Und das findet hier dann beständig statt. Jetzt hoffe ich mal, dass ihr nicht hört, dass mein Nachbar gerade das Bohren anfängt. Und auch die Enden bleiben beständig stehen. Man sieht immer, wo das Kabel lang geht. So, hier haben wir noch am Schluss das Portfolio aktuell. Und hier haben wir noch einmal, wie es dann leuchtet. Leider keine Teileliste. Hier drin war der wunderschöne Sticker-Bogen. Ich habe zwei aufgeklebt. Die lassen sich gut verkleben, habe aber die restlichen mir gespart. Weil ich zum einen nicht über die Scheibe kleben wollte. Und ich weiß auch nicht. Die haben mir jetzt nicht so viel Mehrwert geboten. Und dann war noch eine extra Tüte mit drin, wo dann das Vordach war. Und da haben wir ihn. So, der Stuhl gehört auch noch dazu. Jetzt schauen wir mal, wie groß das Ding ist. Denn das ist durchaus ein Oschi. Ich habe leider den von Lego nicht gebaut im Pickup. Der juckt mich zwar immer noch, aber jetzt, wo ich den habe, weiß ich nicht, ob ich den von Lego brauche. Weil das hier ist ein adäquater Ersatz für mich, glaube ich. Mit dem Aufbau besonders. So, der hat so knapp 37 Zentimeter in der Länge. Das Modell hat eine Höhe von, wenn man den Aufbau drauf lässt, ist man so bei 21 Zentimeter. Das Modell selbst hat eine Breite von, mit Leiter von 14 und mit Vordach von 22. So, da ist das Ding. So, hier haben wir einen Stuhl dabei. Das ist ein netter Build. Ein bisschen wenig Minifix-Geld. Deswegen, ihr habt ihn gesehen. Hier ist er. Und hier hinten. Oder ich zeige ihn mal vom Außen rum. Und versuche mal, den USB-Stecker hier oben reinzulegen. Denn ich habe die Batterienbox keine Batterien rein. Aber sie funktioniert, so viel habe ich schon getestet. So sieht das gute Stück von vorne aus. Diese weiße Fläche, da gehört eigentlich ein Aufkleber drauf. Und ihr seht, ich hätte ein bisschen besser klemmen können. Wir können die Türen aufmachen. Ohne Anschlag. Und da habe ich dann zwei angebracht. Ich schaue mal, ob ich da mal irgendwie besser reingucken kann. Vielleicht mache ich einfach die Lampe, die dafür zuständig sein sollte, auch noch an. Aber hat jetzt nicht so viel gebracht. Genau, das Innen, das Lenkrad ist so ein bisschen, lässt zu wünschen übrig. Hier hinten fällt jetzt gerade die Batteriebox ab. Die ist hier einfach an zwei Noppen festgemacht. So, von der Seite alles schön aufgeräumt. Wir können dann hier das aufmachen und sitzen dann genau hinterm Sofa. Ist nicht ganz so schlüssig. Dann haben wir eine Leite, die hier hoch geht aufs Dach. Denn da ist der Picknickkorb und Solar. Dann haben wir hier hinten Lüftung, Klimaanlage, Ersatzreifen. Das Kabel, was nach oben geht, ist der USB-Stecker. An diesen zwei Noppen, die frei sind, ist die Batteriebox. Genau. Dann haben wir hier einen Tisch. Auf diesem Tisch gehört eigentlich noch eine Flasche, die hier rumliegt. Ding. Und drei so, drei so 1x1 Rounds, die einen Aufkleber bekommen und Donuts darstellen. Und hier können wir natürlich auch aufmachen. Und genauso können wir hier aufmachen. So, da kann man dann auch reingucken. In diesen Geworb gehört eigentlich dieses wunderschöne Croissant. Ihr kennt es. Und dann kann man hier so reingucken. Und hier vorne kann man natürlich auch aufmachen. Und dann seht ihr, hier kann man es jetzt sehen, das Lenkrad ist so semi-gut da angebracht. Das ist, ja, sagen wir mal, wenn man mit den Knien lenken will. Also das sind so die allgemeinen. Eigentlich ein richtig schöner Bild. Aber gerade was dann so das Auto speziell angeht, die Lenkung ist so lala. Ich weiß nicht, ob man... Sie hat eine, so einen kleinen, dass man sie bewegen kann. Gibt es jetzt aber keine Hand of God oder irgendwas, sondern ist einfach, dass man die Reifen einschlagen kann. Genauso die Aufhängung ist auch so lala. Genauso hinten. Da könnte etwas mehr Liebe rein. Genauso hat das Ding keinen Motor oder irgendwas, was aussieht wie ein Motor. So, hier oben haben wir dann, wie gesagt, die Solaranlagen und eine Lüftung. Auf die Solaranlagen gehört natürlich ein Aufkleber hier in der Mitte haben wir eine Klappe, die wir aufmachen können. Genauso können wir diese Picknickbox aufmachen. Und da ist dann auch Getränkegedöns drin. Der USB-Stick ist hier jetzt einfach nur so. Und dann ist wieder was abgefallen. Genau, und irgendwie kann man den Deckel hier noch aufmachen. Das versuche ich jetzt mal. Genau. So, Deckel abgefallen. Hier können wir sozusagen dann auch reingucken. Aber es ist soweit modular, dass ich das hier abnehmen kann. Und das Ganze ohne, dass hier ein Kabel hängt, außer der USB. Ah, okay. Das habe ich noch nicht getestet gehabt. Ich sehe, wir müssen das hier abnehmen. Und dann kann man das hier so abnehmen. So, den schauen wir uns gleich mal an. Und schauen wir, was hier so innen drin ist. Da haben wir hier einmal solche Vorhänge, die etwas luftig sind. Die ganze Schranktür hier zum Beispiel, die gehört mit so kleinen, einzelnen Aufklebern beklebt. Da ist einfach ein leerer Schrank dahinter. Und das geht bis ins Cockpit vor. Ich gucke jetzt mal, ob ich vom Cockpit das schnell auch abnehmen kann, ohne dass... Ah, da haben wir ein Lämpchen, aber das nehme ich mal ab. Und mache das mal hier fest, was ich hier abgerupft habe. So, also... Ja, dann nehme ich das jetzt auch noch ab. Dann könnt ihr da so wichtig gucken. So, hier haben wir den Durchgang zum Vorhang. Und hier kann ich jetzt euch nochmal zeigen, wie schlecht dieses Lenkrad da ist. Das, was ihr da seht, ist ein Aufkleber. Das nehme ich jetzt auch mal ab, weil das fällt sonst eh ab. So, dann haben wir hier eine Tür, die sich automatisch bewegt. Ein witziges Sofa, das hier so einen verstellbaren Tisch hat, den man so wegbewegen kann. Dann haben wir hier eine Dusche. Aua. Die auch leuchtet. Und von der anderen Seite haben wir eine Küche. Und in der Küche haben wir hier unten ein Fach, das man auf und zu klappen kann. Hier. Also, das kann man auf und zu klappen. In dem Sinn ein paar Kirschen. Ansonsten haben wir einfach noch ein paar Schränke. Das, die Verteiler, die gehören eigentlich hinter dieses braune Ding reingeklebt. Ich habe sie nicht festgeklebt, sondern die liegen bei mir nur drin. Aber mit etwas Liebe kann man da natürlich sehr viel machen und sehr viel verstecken. So, hier auf der Seite haben wir dann noch, wie gesagt, diesen Tisch. Den kann man natürlich zum einen hochklappen und zum anderen auch einfach abrupfen. Und gucke ich mal schnell, was passiert, wenn ich nur den untern Bereich zum Leuchten bringe. Dann geht ja, dass da innen einiges beleuchtet ist, hoffe ich. Zum Beispiel die Dusche da hinten. Und hier haben wir noch. Ja, wie ist es? Ja, ganz schwer zu sehen in der Kamera. Genau, da leuchtet einiges und auch der Ofen ist an. Sieht ihr, die Herdplatte leuchtet. Schon nett gemacht. Hier vorne auch im Fahrerhaus dann noch. Und gefällt mir wirklich. Also, viele, viele kleine Lämpchen. Und was da Clou eben dran ist, da gibt es dann hier, seht ihr diesen, das ist ein Aufkleber, der auf ein spezielles Teil geklebt wird. Und dann via Reibepunkt das Ganze hier wieder aufnimmt. Genau, hier ist auch, hier haben wir noch so eine Leiter, die natürlich, damit man auch hochkommt. Und haben hier vorne, boah, das kann ich euch wahrscheinlich kaum zeigen. Hier hinten ist noch ein Bett. Und jetzt haben wir hier noch ein Bett, ein Sideboard mit Büchern. Und hier oben haben wir noch die Erweiterung der Küche. Seht ihr? Genau, hier hängt auch nochmal so ein Verteiler, der einfach hingeklebt gehört eigentlich. Auf diesen Sachen stehen auch noch ein paar Sachen drauf. Und vielleicht kann man hier kurz ins Bett reinschauen. Und da seht ihr, hinten ist noch ein Sideboard. Oder vielleicht gibt es auch von hier oben. Nicht wirklich. So, was ein bisschen gepfrickelt war, war diese, gucke ich mal schnell, habe ich das wieder einigermaßen heile hier alles drauf bekommen. Da brauche ich erst die Scheibe. Und dann gibt es ein Dach. Und dann kommt das hier wieder oben drauf. In der Hoffnung, dass ich nichts einzwicke. So, Deckel drauf, über den zu. Und dann haben wir ihn doch wieder einigermaßen so wie er gehört. Zumal Donnergurgler-Videos nicht immer der Fall. Und dann haben wir hier das. Was mir nicht so gefällt, ist dieser Stoff. Denn, wenn ich euch den zeige, der ist halt einfach, ja, den müsste man, eigentlich müsste man da eine Kante rein bügeln, damit die Sachen da unten bleiben. Diese Galante, die wird da einfach nur so einmal mit einem Kabel drumherum gewickelt. Und dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen friemelig. Da irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach nur mit solchen Stangen in diese Löcher da rein. Und wenig Unterbau. Das passt, wenn man den in sein Regal trappiert oder in seine Vitrine und das da einigermaßen schön vertüttelt, dann passt das schon. Aber ich finde immer diese Stoffsachen bei Lego relativ schwierig. Ich bin auch kein so ein Schiff-Fan mit diesen Stoffsegeln, sage ich mal. Entweder man nimmt sich da echt viel Zeit oder es sieht halt so aus, wie jetzt gerade. So, jetzt habe ich ihn euch hier einmal gezeigt. Leuchten tut er ja, wie gesagt, auch. Der schöne Van. Und was soll ich sagen? Es ist mein zweites Funhole-Set. Das erste war vom Design her nicht ganz so meins. Da konnten die nix dafür. Aber das hier ist schon sehr nett. Es lässt sich super bauen. Die Steine-Qualität. Ich habe nicht die Nummern verglichen, aber vom Angusspunkt her, von der ganzen Haptik und allen, würde ich mal auf Go-Bricks tippen. Golder, falls du zuschaust, gerne unten reinschreiben. Aber ich habe jetzt die Nummer nicht verglichen. Aber vom Ganzen, entweder ist es Go-Bricks oder es gibt einen neuen Steine-Hersteller, der erstaunlich gute Steine macht. Es gibt keine Mikro-Cutzer, die mir aufgefallen sind. Es gibt eigentlich keine großen Farbabweichungen. Bei Weiß gibt es immer ganz leichte, aber das kennen wir von jedem Hersteller, glaube ich. Es ist ein wertiger Gesamteindruck mit der Verpackung, mit diesem Elektro-Kit und wie gut es im Bauplan ist. Diese dicke, dicke, dicke Anleitung. Das LED-Kit ist einfach Teil des Sets und ist auch so behandelt. Diese Kontaktpunkte funktionieren gut. Das Set ist ab 8+. Das, denke ich, sollte auch jederzeit machbar sein. Nicht so Fan bin ich von diesen Stoffdingern. Das ist meine Sache. Und wenn lose Dinge rumfliegen für... Das ist übrigens das Wasser, was noch in die Spüle gehört hätte. Habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Preisleistung, wenn man es über einen Hersteller direkt kauft, finde ich völlig akzeptabel. 6 Cent für die Qualität mit LED-Kids und Versand. Was will man mehr? Schade wie immer Sticker. Ich finde, Sticker sind einfach schade. Vom Design selbst oder vom Grundaufbau, finde ich, ist Luft nach oben, was das Auto selbst betrifft. Also so Motor andeuten oder eine Lenkung, die irgendwie mit einer Hand-of-Guard funktioniert oder überhaupt ein bisschen besser funktioniert, als die das jetzt tut. Gut, man kann den Reifen so hinstellen, aber das war es dann auch. Und das Cockpit vorne finde ich auch ein bisschen... Das Lenkrad hängt da irgendwo so in Kniehöhe. Finde ich ein bisschen schade. Aber wem das Ding gefällt als Design und für seinen Fuhrpark oder sei es um eine Szenerie zu bauen, da macht da nichts falsch. Das macht wirklich Spaß, das Ding. Es klemmt sich wunderbar. Ja, ihr merkt, ich wiederhole mich, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und auch das mit den Lampen war kein Problem. Klar, man sollte jetzt ein bisschen aufpassen, dass man die Kabel nicht voll quetscht. Aber keine Probleme gehabt. Und ich freue mich über eure Meinung, wenn ihr sie unten reinschreibt. Wenn ihr einen holen wollt, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Link benutzt. Das war der Donnergurgel für heute. Lasst euch gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.